Ich bin Lina Margul, bin 27 Jahre alt, lebe hier in München, in Neuhausen und bin Kapitänin beim FC Bayern München. Krass, dass es damals einfach nicht gestattet war, aber umso schöner, dass es da Pionierinnen gegeben hat, die das einfach vorangebracht haben, die da auch hartnäckig geblieben sind. Birgit Prinz, ihr habe ich auch wirklich sehr, sehr gerne zugeguckt, weil sie natürlich der Star einfach war damals im Frauenfußball. Aber wenn ich dann trotzdem ehrlich bin, habe ich da schon eher zu den Männern hochgeschaut. Ja, es ist ja auch schön zu sehen, dass sich das vielleicht so ein bisschen geändert hat und da bin ich sehr froh, dass ich da ein Teil von bin. Ich möchte in die Rolle als Vorbild einfach einsteigen, beziehungsweise sehe mich da auch. Was mich immer wieder antreibt, ist die Menschen und vor allem auch junge Mädels dann einfach zu inspirieren. Das kann man auch mit keinem Geld der Welt bezahlen. Ich bin die Paulina Ott, ich bin 13 Jahre alt und ich bin die Kapitänin der U15 vom FFC Wacker München. Also Lina Magul ist schon ein Vorbild für mich, weil sie immer gut für ein Späßchen ist und den Spaß beim Fußball einfach beibehält, aber auch nicht zu viel Spaß reinbringt und auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit dabei ist. Let's look at der hiddenen scache. Herr Bord? ryw für mich! » Vielen Dank.